So, ganz sauber und ganz spritzig. Machen wir hier weiter. Naja, du machst das schon. Weiterarbeiten. Na, gehen wir mal hier rüber. Hoch, hier. Oh, was ist mit denen hier? Okay, mit denen ist nichts. Macht der da? Mann, 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 ist aber ganz schön weit hier. Rutsch mal, danke. Der wird doch hier irgendwo sein. Herr Ferris, äh, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Ja, Sir. Kürzen, kürzen, kürzen. Ist eine richtige Armut da. Es wird Zeit für die Interbrechnung, Mr. Ferris. Mr. Ferris. Aber eine schöne Fabrik haben sie hier. Mann, du sollst doch nicht immer überall hochklettern, Mensch. So, gehen wir mal da hin. Sehr schön. Äh, überall die sind hochgeklettert, ey. Ist ja nicht mehr normal, ey. Geh noch mal hier runter, verdammt. Oh, Merk's Pause beendet, ihr vollen Säcke. Oh, da ist einer. Hallo. Ich bin weg hier, irgendwo reinfeuern. Na, komm, geh auf. Ah, schade. Oh, jetzt. Nein. Leider daneben. So. Mann, die stehen noch überall, ey. Mann. Warte los. Na, du willst Cola haben, Alter, gearbeitet, ne? Ah, sehr schön. Ein schöner Luftattentat hier. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sehr schön. Das hier für eine Arbeitsmoral hier. Ist ja auch schlimm. Mach das. Oh, hat der eine Knarre? Ah, komm her, Alter. Ja, mach das. Komm, schlag zu. Dann gehen wir nicht auf den Sack, ey. Ja, was sollst du bloß machen, dann sollst arbeiten, ey. Mann, ich muss plündern. So. Mann, ja, richtig arme Schweine hier, ey. Rennen wir mal rin in den Puff hier. Kommt, die Leine da. Oh, der ist aber ein bisschen groß, ey. Erledigt. Eingang. Ah, hier sind wir mal ein bisschen falsch, wa? So, dann haben wir zurück hier. Könnten wir da hochklettern, wa? Ja. Oh, ey. Oh, Sack, Alter. Mann. Lündern. Mann, 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 Mann. sehr schön genug gelabert das ist erledigt und was hast du erreicht bursche ein loses rad im starix getriebe ein großes zwar doch das reicht nicht euer großmeister wird fallen die assassinen könnt um london kreisen so viel ihr wollt der apparat den wir erbauten hält euch schon seit 100 jahren stand und hält noch tausend weitere er ist die gesamte stadt an sich wir werden euch london entreißen von kreuden aus du versteckst dich im schatten wie ein feigling ich bezweifle es ersten fall ist sehr schön kann man den plündern er hat wahrscheinlich noch die arme so am bord des zuges entkommen dann machen wir mal sperrgebiet verlassen hoch gut na kommt ja alter wir kriegen wir hin naja kommen Na, füß dich, Alter Na, erst kommst du ran hier Füß dich, Alter Oh, was ein Bug, Alter Oh, oh mein Gott, ey Die Hosen voll, Jungs Na, klar Warum denn auch nicht Oh, und voll realistisch So, wo müssen wir denn hin Na, erst mal runter Bisschen wackelig alles hier, ey Der Scheiße Nächstes Mal gehe ich zu Fuß Sequenz 1 Sand in Getriebe Abgeschlossen Sehr schön 2012 und den Planeten vor der Ja, ja, ja Sonnen-Eruption Bla, bla, bla Eine geile Milf Was, komm schon Was, komm schon Vorwärts hier 1868 Ey, ist das Spiel hier nur mit Leiderbildschirm Versehen Quartier der Wache Brusters Laboratorium Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden Keine Spuren Und jetzt Entkoppeln wir die Lokomotive Und sorgen für Ablenkung Wo sind sie? Wo sind Brusters Vorräte? Feigling Die hat er nicht gesehen Die Olle hat er nicht gesehen Äh, what What a bug, ey Aha Hat die Olle nicht gesehen, ist klar Bevor wir da weitermachen Machen wir hier mal einen Cut Und dann heißt jetzt Erkennt 2 Ein einfacher Plan Wie besetzt Setzt ihren Plan David Bresta In seinem Labor Zu eliminieren Und seinen Edensplitter Zu behären In die Tat Um Also Haut da rein Bis Dann Aufschlönen B 저�ils mond людей Ab Und I